Ich habe mir heute mal so ein kurzes Short-Thema vorgenommen, nämlich das Herpes-Virus. Ja, ich meine, dieses Virus ist ja eine Volkskrankheit. Also ich würde fast sagen, jeder Zweite hat das. Und das fällt mir immer öfter auf, dass zum Beispiel bei Flugbegleitern oder auch bei jungen Menschen, also dieser Lippenherpes, überall haben die da diese Flecken. Und natürlich ist das erste und wichtigste Gebot. Und deswegen meine Tipps hier heute, das ist ein echtes Tutorial. Wer Herpes hat, sollte erstens nicht über Herpes sprechen. Das ist schon mal ganz klar. Also ich mache schon mal den ersten Fehler. Und das Zweite ist, ihr müsst euch diese Cremes kaufen. Das heißt also, mit dieser Creme, sobald ihr es prickeln merkt, müsst ihr sofort ein Tüppchen draufpacken. Dann gibt es nicht diese riesigen roten Wunden. Und als Drittes, es gibt auch Tabletten. Einfach mal eine Tablette schlucken, drei Tage hintereinander und dann heißt es was? Herpes ade. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, für alle, die da draußen mit Herpes rumlaufen.